Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Ja toll, wenn ich jetzt gerade anmoderieren will, sitzen die Kopfhörer, sitzen die Kopfhörer nicht richtig und herzlich willkommen zurück zu Bray. Mein Name ist Pulsar, Bray und Pulsar, das ist beides P, das passt ganz gut zusammen. Wir befinden uns zurück in der medizinischen Abteilung, um genau zu sein im Trauma-Zentrum und wir haben das letzte Mal, waren wir hier drin, bei Matthias Cole, beim Konsulor. Aber, ähm, wir wissen, dass jemand in der Quarantäne drin ist, der noch... Chris Wade, Medical Techniker... Systemalarm, Präparaturbedarf. Ja, ja, ja. Kontaktieren Sie einen Techniker. Ja, 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 Popstar, den nehmen wir alle mit. So, komm. Hier, defekter Lüfter. Notiz, Krankenstation vermisst Ihren Operator. Hallo Wade, können Sie bitte, bitte, bitte den Medizinoperator reparieren, der auf Ihrem Tisch wartet? Goldcrest. Ja, die liebe Goldcrest hat es nicht mehr geschafft. Ersatzteile, wir werden den jetzt reparieren, denn, ich glaube, dann bekommen wir was von dem. So, aufs erstes, klettern wir aber auch hier aufs Regal, im Goliath 5. Dann gucken wir uns mal um, der ist leider defekt. So, durchgebrannte Platine, das können wir alles mitnehmen. Hier haben wir eine korridierte Spule, aha. Ja, doch. Systemalarm, Präparaturbedarf, bitte kontaktieren Sie einen Techniker. So, reparieren, komm. Alle Systeme einsatzfähig, vielen Dank. Wir haben leider volle Energie, so Bananenschau... Oh, Alter, ich dachte, was ist hier los? Wir haben jetzt hier zwei Medizinoperator rumliegen und wir bekommen nichts von dem reden. Können wir mit dem Boden? Diagnostiziere, keine Traumata oder Krankheiten festgestellt. Gut, alles klar, ich dachte... Ich kann leider nichts für Sie tun, außer Sie haben Interesse an medizinischem Wissen oder einen Witz. Ja, erzähl einen Witz! Erzähl einen Witz! Schade. Erzählt keinen Witz. Ich dachte, vielleicht würde er uns etwas bespaßen. So, hier alles mitnehmen. Abgelootet. So, hier ist nichts mehr drin. Hier unten. Nö, nö, nö. Okay. Nächster Raum. Und wie gesagt, da hinten in der Quarantäne wissen wir, dass da jemand drin ist. Und das finde ich sehr spannend. Den nehme ich mal vorsichtshalber mit. Nicht, dass da wieder ein Tüfon auf uns wartet. Moment. Den lassen wir mal kurz fallen. Denn hier finde ich noch Reagenz... Scheiße, wir haben nicht genug Platz. Guten Morgen, Talos. Ja. So. Warum haben wir nicht genug... Ach du Scheiße, wir haben den ganzen Müll bei uns, ne? Fuck. Das heißt, wir können jetzt theoretisch nur noch Sachen aufnehmen, die wir schon im Inventar haben. Oder wir müssen etwas aufbrauchen, wie das da zum Beispiel. Wir haben ein bisschen voller Energie. Das ist ja voll die Verschwendung. Aber wir lassen stehen. Wird bis neun in der Kantine serviert. Geil. So, Schrank. Nix im Schrank. Hier ist die Quarantäne. Da waren wir schon drin. Achso, ich wollte den Kanister... Komm, dann holen wir den mit. Dann nehmen wir den Kanister mit. Weil, wie gesagt, da können wir uns wehren, falls da jemand ist. Hör mal. Da redet jemand. Hör mal. Da, da. Da ist jemand. Oh. Oh, Alter. Fuck. Trevor J. Young. Fremdkontrolliert. Von einem Typhon. Deswegen ist er in der Quarantäne drin. Wir können... Wir können... Fuck, Alter. Notiz. Proband. Trevor J. Young. Datum 20. 2. 35. Proband wirkt desorientiert. Paranoid. Nicht sicher, wie viele seines derzeitigen Verhaltens dem Vorfall zuzuschreiben ist. Und wie viel der zurückliegende Neuromod-Deinstallation. Empfehle ihn weiter unter Beobachtung zu stellen. Aber wir wären nicht Wissenschaftler. Wir wären nicht vor... Hier, guck mal. Herz. Was haben wir hier noch? Herzfrequenz. Keine Ahnung. Ich bin kein Mediziner. Ich kenne mich damit nicht aus. Wir wären nicht Wissenschaftler, wenn wir nicht versuchen würden, ihm zu helfen. Und ich will wissen, was mit ihm ist. Deswegen... Werde ich jetzt hier abspeichern. Und dann werden wir den Raum betreten. Mit erhobener Waffe. Auch wenn ich weiß, dass das ein Fehler sein könnte. Was zur Hölle ist hier passiert? Hier steht ein Code. Guck mal. Hier steht 7, 3, 2, 4. Warte. Das schreibe ich mir auf. Toll. Ausgerechnet jetzt habe ich hier keinen Stift rumfliegen. Sonst immer... Warte kurz. So. Sonst habe ich hier immer einen Stift rumfliegen. Und jetzt habe ich keinen. Ich kann leider nicht erkennen, wofür der ist. Hier steht Deathrise. Ah. Der Zahntechniker. Äh, nicht Zahntechniker. Der medizinische Techniker. 7, 3, 2, 4. Also war es gut, dass wir hier rein waren. Und dieser Deathrise ist... Oder DeFries. Oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. DeFries. Der hat da hinten sein Labor. Und das... Guck mal, wie der da steht. Der hat einfach nichts bei sich. So. Hier ist auch nichts. Hier drin, wie gesagt, haben wir den Code gefunden. Hier hat jemand die Tage... So. Das... So viel Zeit muss sein. Erstmal die Toilette runterspülen. So. Und hier hat er die Tage abgezählt. Und hier liegt er im Bett. Wurde nicht rausgelassen. Er wusste also... ...den Code... Von dem Typen. Also war es doch gut, dass wir rein sind. So. Und ich habe jetzt das Gefühl... Oder ist die Vermutung, dass hier wieder was ist? Alter, die Musik, ey. Kommen Sie wegen eines Termins? Nein! Chris Raitt. The Freeze. The Fries. Vom Chefchirurg. So. Kurz ab... Äh... Fallen lassen. F. Wir brauchen keinen Code. Wir brauchen einen, ähm... Was war es? 7, 3, 2, 4. Wir brauchen dafür eine Schlüsselkarte. Ich weiß, es tut mir... Also, nein, eigentlich tut es mir gar nicht leid, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen, es tut mir leid, dass ich jetzt hier rumhänge und das Rätsel versuche zu lösen, was mir hier gestellt wurde. Denn eigentlich besteht ja unsere Aufgabe da, in 62 Meter uns das Video anzugucken. Aber ich habe keine Lust. Ich möchte dieses Rätsel lösen. Verdammt. Okay. Vielleicht kommen wir später nochmal zurück. Wir können... Wir haben einen Code. Der, äh, äh, ähm... Young, also der Typ in der Quarantäne. Was ist denn das? Hatte... Alter, voll die Gruselzeichnung. Hatte nichts bei sich. Nur ein Code stand da. Wir brauchen aber gar keinen Code. Um hier weiterzukommen. Okay, hier sind wir wieder hier hinten. Wir brauchen keinen Code. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Eine passende. So. Jetzt aber gehen wir hier hin. So, hier hin können wir die Abkürzung nehmen. Wir lassen uns jetzt... Müssen wir jetzt wieder hoch. Wie ging es nochmal? Alter, nein! Boah! Wie gut, dass wir hier fliegen können. So. Zu den Human Resources kommen wir auch. Das machen wir aber gleich. So was waren hier. IT Security. Haben wir da den Schlüssel? Nö. Human Resources. Kommen wir nicht rein. Brauchen wir Hebelkraft 3. Wie gesagt, ich möchte jetzt zuerst mal das Video gucken. So. Maintenance. Hä? Hä? Wie kommen wir nochmal da rein? Wie kommen wir nochmal in unser Büro? Waren wir richtig? Executed Offices. Da waren wir schon richtig. Hab das noch nicht gerade so schnell erkannt. So. Wir latschen jetzt hier hoch. Ach ja. Stimmt. Wir waren ja schon... Doof. Wir waren ja schon in der letzten Folge... Da standen wir ja schon fast quasi vor unserer Tür. Was ist das? Öh. Seht ihr? Die Mimics sind jetzt auch stärker. Die wachsen also... Neustart. Sterne Ziel. Kein Teil Material entweckt. Nicht schlimm. Nicht schlimm. So. Die wachsen also auch mit uns. Hier haben wir die Mails alle schon gelesen. So. Jetzt können wir uns aber was kredenzen. Inventar. Wo haben wir das eigentlich mitgenommen? Alkohol. Alkohol ist tödlich. So. Achtung. Die Stationsleitung meldet... Ja. Ist mir egal. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Hier würde ich mal gerne mal ein bisschen Ordnung machen. Ein bisschen anordnen. So. Das ist ganz ehrlich. Äh. Das kann weg. So. Das würde ich gerne behalten. Bananenschalen würde ich gerne behalten. Okay. So. Cyckeln. Dann nehmen wir alle mit. So. Hier haben wir jede Menge Schrott gesammelt. Hier. Der ist immer noch kaputt. Der Operator Dispenser. Aber wir können uns jetzt hier Sachen herstellen. Also. Medikit ist neu. Feier. Ne. Flexi-Froarm-Bulzen ist frei. Äh. Ich würde jetzt aber gerne zuerst mal Schrotpatronenpaar. Obwohl. Wie viel Schrot haben wir? 22. Komm. Einmal geht's. Kostet ja nix. So. 12 Schrottpatronen. Alles cool. Und den Medikits. Wie viel haben wir? Medikits noch. Ich gucke mal schnell im Inventar. Eins haben wir noch. Okay. Wir wissen. Medikits müssen wir noch ein paar herstellen. Dafür brauchen wir jede Menge Kappes. Erstellen. Da oben rechts unsere Anzeige. Huch. Wir bekommen ein Medikit dafür. Ich würde sagen. Wir machen mal noch eins. Dann weiß er nie, welche Aufgaben jetzt auf uns warten. So. Alles klar. Hier hinten liegt wieder eine Vase. Und hier ist wieder das Looking Glass. Oder der Server. Haben wir ja wieder hergestellt. In einer der vorherigen Folgen. Ich speichere ab. Und dann. Schau mich an morgen. Hallo morgen. Alles klar. Fortsetzen. Video-Wiedergabe auf dem Hauptbildschirm. Das kennen wir schon. Jetzt bin ich gespannt. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Du musst die Talos 1 zerstören. Die Forschung. Die Typhon. Alles vernichten. Auch dich. Ich weiß, wie das klingt. Aber du hast die Typhon erlebt. Sie sind ein Teil von dir. Wenn auch nur eine Zelle die Erde erreicht. Ist es aus? Tut mir leid. Es gibt keinen anderen Weg. January wird dir zeigen, wie die Selbstzerstörung aktiviert wird. Alex wird dich aufhalten wollen. Er hasst es zu versagen. Er ist zu stolz und beschämt, zu Mama und Papa zurückzukriechen. Jetzt hängt alles an dir. Viel Glück. Gefällt dir nicht, oder? Wiedergabe endet. Wie in einem trübenden Spiegel sieht er das restliche Video an in der Lobby. Das haben wir. Ja, der Op... Ah, der January ist ein Operator. Wie geil. Sprich mit January. Hallo, morgen. Ich bin January 2035. Ich bin ein Operator. Cool. Es gibt viele Operator auf der Talos 1. Aber keiner davon ist wie ich. Ich bin ihr Plan B. Meine erste Aufgabe war es, sie aus der Simulation zu befreien. Dann sollte ich ihnen das Video zeigen. Alles erledigt. Interessant. Ich habe jetzt Zugang zu weiteren Anweisungen. Die Selbstzerstörung der Talos 1 wird durch zwei Zündschlüssel aktiviert. Ihr Bruder hat den ersten, sie den zweiten. Alex hat ihren Zündschlüssel zerstört. Sie haben jedoch einen Fabrikatorplan für einen neuen in der Datenzentrale versteckt. Dorthin müssen sie sich als nächstes begeben. Danach können wir uns Gedanken um Alex Schlüssel machen. Die Typhon breiten sich schnell aus morgen. Das wird ein Wettlauf gegen Sie und Ihren Bruder. Mit dieser Schlüsselkarte haben Sie Zugang zum Hauptaufzug und allen Laboren. Mit dem Hauptaufzug erreichen Sie die Datenzentrale am schnellsten. Oh fuck. Der Generalschlüssel. Neues Ziel. Wir brauchen... Achso, Quatsch. Den können wir hier nehmen. Generalschlüssel. Nächstes Thema. Ich sollte Ihnen weitere Neuromods besorgen. Das habe ich getan. Viel Glück morgen. Danke, Alter. Sie waren drei Wochen lang in der Simulation gefangen. Normalerweise laufen die Tests nur wenige Tage. Fuck. Hat er noch was zu sagen? Nehmt den Hauptaufzug in der Lobby zum Arboretum. Ne, Arboretum. Arboretum. Also manchmal, ne? Fällt es mir echt schwer. Jede Neuromod erzeugt einen Schnappschuss ihres Gehirns und simuliert einen Lernvorgang. Dann werden diese Änderungen umgesetzt. Milliarden von Verbindungen innerhalb von Minuten neu belegt. Alles ermöglicht durch unsere Freunde aus dem All. Okay. Danke. Eins haben wir dazu bekommen. Was ist das nochmal? Stoffwechselboost. Achso. Wohlgenähert. Ja. Wie gesagt, ich würde gerne als nächstes das da machen, weil das exotische Material brauchen wir, um selbst Neuromods herstellen zu können. Wir haben zwar noch nicht den Fabrikatorplan, aber ich bin mir sicher, bin mir hundertprozent sicher, dass wir ihn demnächst finden werden. So. January war also von Anfang an ein Operator, der mit uns gequasselt hat. Hat er noch was zu sagen? Ich habe ihre Stimme. Das ist eine Taktik, um ihr Misstrauen abzumildern. Ah. Ich erwähne das nur, damit sie wissen, dass ich aufrichtig bin. Gut. Alles klar. Danke. Wir speichern ab. Diese Sequenz ist für uns beendet. Und wir müssen jetzt durch den Hauptaufzug hier unten. 37 Meter. So. Und jetzt haben wir wieder eine neue Szene. Die Welt wurde quasi neu geladen und damit werden auch neue Gegner generiert. Sofern. Die Fuhrenorgan. Ja. Alienmaterial entweckt. Gut. Sofern hier halt neue generiert wurden. Das weiß man nicht. Telekonferenzcenter. Und wir haben ja noch den Zugang. Alter. Und wir haben noch den Zugang zum HR. Da unten. Also zur Human Resource Abteilung. Warst du schon immer da, Mülleimer? Wie gesagt, die Schrotflinte würde ich gerne nur verwenden für die Phantome. Aber wenn es sich nicht einrichten lässt, dann benutze ich die auch mal gerne gegen die Mimik. So soll es nicht sein. So. Die Frage. Ach, hinten steht noch ein Geschütz. Die Frage ist jetzt, was du magst. Guten Tag, Talos. Es ist nun 5 Uhr. Soll ich es tun? Die Frage wäre jetzt gewesen, folgen wir dem Spielverlauf oder gucken wir uns noch ein bisschen um? Ich glaube, wir machen irgendwie immer beide. Ach. Ja, klar. Zum Aboretum. Aboretum. Entschuldigung. Zum Aboretum kommen wir nicht sofort. So, da ruft wieder jemand an. Da stimmt etwas nicht. Ich kommuniziere mit dem Aufzugsteuerungssystem. Hm. Laut System ist alles in Ordnung. Nur, der Diagnosecode ändert sich bei jeder Anfrage. Und irgendwas hindert die Kabine daran herunterzufahren. Sie steckt oben fest. Im Aboretum. Ich versuche einen anderen Weg nach oben zu finden. Wäre auch zu einfach gewesen. Alles klar. Es gibt einen Weg durch das Psychotronik-Labor. Morgen. Dort sind die Typhon aus der Eindämmung ausgebrochen. Vorsicht. Ja. Zum Psychotronik-Labor. Da wissen wir auch schon. Hier Sicherheitschefin Elisa. Was? Wer zum Teufel hat Aufzüge und Luftschleusen deaktiviert? Bitte kommen. Mein Team steckt hier unten fest. Wir brauchen diese Aufzüge. Sam. Das ist kein Stromausfall, oder? Glaub nicht, Chief. Hauptaufzug und alle Luftschleusen wurden gleichzeitig deaktiviert. Garantiert manuell. Verdammt. Erst babysitten mit diesen Spielzeugpistolen? Dann tut sich die Hölle auf und wir werden eingesperrt. Trinstar braucht eine Armee von Anwälten, wenn ich zur Erde komme. An die Station. Suchen Sie Schutz. Prüfen Sie die Umgebung. Wände, Böden und Decke. Und schließen Sie sich ein. Wir arbeiten an einer Lösung und werden Sie so bald wie möglich rausholen. Elasar, over. Elasar, over. Mann, bist du eine harte Frau. Falsche Taste. Das wäre die richtige Taste gewesen. Mir geht es gar nicht gut, wenn ich daran... Ach du Scheiße. Da hinten müssen wir... Ah, das ist nochmal ein Code. Wir haben ja jetzt den Generalschlüssel. So, und wir haben eine neue Wumme. Umweg, betritt die Psychotronik Lobby. Ich glaube, das war einfach nur ein... Wie soll ich sagen? Ein Sample freigeben. Ah, okay. Freigeben. Mach mal. Hat er? Tschüss. So, obwohl... Ob das so schlau war, was ich hier gerade tue? Gut, da können wir auch in Regel mit dem Generalschlüssel interagieren. Hier haben wir leider keinen Code dafür. Maus 2 zurück. Ach. So, hier ist eine Notiz. Hallo, Elias. Du hast deinen Charakterbogen auf dem Drucker liegen lassen. Vergiss nicht, dass wir das Spiel in dem Aufenthaltsraum in den Besetzungseinrichtungen verlegt haben und es eine Stunde später, als es uns losgeht. Du uns allen einen Gefallen und schlug vorher ein paar Glückspillen. Bis dann. Wo ist hier ein Drucker? So, E-Mail. Juri. Hoch Juri. Wie sich herausgestellt hat, ist Juri Kimura wie alle anderen auch. Mehr dazu in der Mittagspause. Okay. Warum sollte sie nicht sein wie alle anderen? Ist jetzt natürlich die Frage. So, was ist jetzt, wenn ich hier verschließen? Ah. Blöd. Das ist doch ein Knopf. So, da ich nicht weiß, was mich dahinter erwartet, speichere ich nochmal ab und entriegele. You are entering a maximum security area. Jo. So. Okay, okay. Guck mal da unten. Okay, das ist vielleicht nicht so gesund. Hier holt ihr den Schlüssel zu Alex' Fluchtkapsel. Hier ist es vielleicht nicht so gesund, wenn wir da reingehen mit dem ganzen Strom. Müssen wir also irgendwie wieder den Strom abschalten. Das haben wir schon mal gemacht. So. Und hier läuft, da unten läuft ein, läuft ein. Fandaufe sind... Äh, nein. Hau ab. Kommen Sie mal ran, junger Mann. Fuck. Fängt das eigentlich aus, wenn man direkt auf den Kopf zielt? Alter, fuck Sorry, falsche Taste Ich bin ein echter Pro-Gamer So, letzten Spielstand laden Habe ich jetzt nicht aufgepasst, was auch immer da gerade passiert ist Wahrscheinlich war die Explosion ein bisschen zu heftig Wo ist das Ding hier? Alter Verpiss die Scheiße, ey Fuck Äh, G Kritischer Treffer Alter, ah, giftig Fuck Ach du Scheiße Alter Wir hatten, wir könnten uns noch ein Bananchen kredenzen Toll Hier ist irgendwo was kaputt gegangen, glaube ich, oder? Ah nein, der ist, glaube ich, hingefallen Und dann hinterlässt er so ein giftige Dämpfer-Psychotronikum Da müssen wir also hin Okay Sorry, das lief jetzt gerade überhaupt nicht so, wie ich es gerne hätte Ist da unten wieder was? Ne, da liegt wieder einer faul rum Natürlich Ah Na gut, so können wir es natürlich auch machen Ich wollte eigentlich wissen, was da oben drauf ist Jetzt gucken wir uns gleich an Gucken wir uns gleich gemeinsam an Also erst gucken wir mal, was da hinten ist Da ist gar nichts Da ist ein ausgefranstes Kabel Naja So, hier kommen wir irgendwo hin Ihr wisst ja, das Spiel hat uns ja schon gelehrt Dass wir ganz genau und exakt gucken müssen Wie unsere Umgebung aussieht Und was sich verändern lässt Und was man verändern kann Und so weiter und so fort So, eigentlich wollte ich nur hier drauf So Denn ich wollte darüber Ich wollte wissen Ob da hinten irgendwas interessantes ist Oder ob ich mir das nur einbilde Dass da irgendwas ist Ne, da ist gar nichts Da liegt nur jemand blöd wieder rum So Wir sind elegant gelandet Hier liegen wieder solche Kanister Ich meine, die sind ganz gut Aber Die Typhons, die werden halt auch immer stärker So, wer liegt hier jetzt faul rum? Joel Wicks Biologisch gefährliche Abfälle Dieses Geräusch Ekelhaft Hallo Da sucht irgendwie der Strom hinten durch So Und Psychotronics Das ist wohl wahrscheinlich die Versuchsabteilung Keine Ahnung Hier hinten dran ist nix Okay Entriegeln Dann entriegeln mal Wir haben ja jetzt den Generalschlüssel betreten Jawohl Wir bestätigen Wir wollen da unbedingt hin Also es gibt keinen Keinen besseren Place to be Hier hin zu wollen Das Psychotronik Labor Wurde rund um den russischen Satelliten Vorona 1 gebaut Der das Ökosystem der Typhons Bereits 1959 entdeckte So, beliebige Taste Hauen wir mal irgendwo drauf Götz Betritt die Psychotronik Umweg Betritt die Götz 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 Die Psychotronik ist das Gegenteil von sich Morgen Was suchst du Jemand hilft dir Ist es Michaela Eliza Nein Es ist Ich bin es selbst Hier guck Ich kann die Nachrichten Ihres Bruders belauschen Darüber besteht Einigkeit Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse Zu einem Unterführungstunnel namens Götz So gelangen Sie ganz nach oben So, hilf wenn ich Stand clear Okay Die Frage ist natürlich Ich hab jetzt was verschwendet Ich hab das zwar repariert Aber ich hab jetzt Teile verschwendet Bringt mir das was Alter Nein 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 Das sieht wieder so voll nach Arena-Kampf aus Wir haben da noch hier hinten Auf den Recycler-Ladung EMP-Ladung Ich find das so krass Mit dem Lüfter da dran Das ist so geil gemacht Alter Und von Alle Dinge noch Die Musik dazu Gruseliger geht's doch Da hinten Hallo Alter Stand clear Was ist das hier überhaupt Alter Was ist das für ein Ort Ich bin neugierig Sorry Da unten liegt jemand Gut dass wir mal hin sind Ich hoffe wir kommen mal wieder raus Irgendwie Ich hab ja gespeichert Kann ja nix passieren So hier liegt jemand Alter Otto Lauda Der hat natürlich nix interessantes dabei Außer so scheiß Dreck So die Frage ist natürlich jetzt Also okay So kommen wir hier raus Alles klar Da unten lag also jemand faul rum Und wir wissen Das da Sicherheitsalter Ich will nicht weiter gehen Hör auf Lass mich in Ruhe Hier war Auf jeden Fall War hier irgend so ein Rauch Hab ich gesehen Der da rum fliegt Und ich vermute Dass das ein Mimik Oder ein Typhon war Hier war das Okay Fehlalarm Nein Lass mich alle gehen Lass mich alle in Frieden So Fehlercode eingeben Hier können wir gar nichts Hier brauchen wir die Hackerstufe 2 Um in die Sicherheit reinzukommen Das ist interessant So was ist das Alter Lass mich gehen Wir müssen zu den Guts Ist klar Ja ich hab Paraloia Ich sehe Ich höre doch da was Könnt ihr das auch hören So tippeln ist da Wie wenn so nackte kleine Füße Auf kaltem Boden Sich an dich Ranschleichen Und dir auf die Schulter gucken So was ist hier Da will ich rein Da brauchen wir Aber wie gesagt Hacker 2 dafür Komm Handtuch Irgendwas Hebelkraft 2 Da müssen wir rein Und ich höre schon wieder Oh nein Ich höre schon wieder Einen von unseren Kumpels So bevor wir aber Uns hier in die Schlacht Stürzen Möchte ich gerne Die Aufnahmen Hier an dieser Stelle beenden Auch wenn es wieder Gerade mega spannend ist So ich stelle mich Jetzt hier hin Ich bedanke mich Bei euch fürs Zusehen Vielen vielen Dank Wir sind hier in dem Clean Room Preparation Für Damen Da sind wir richtig Für den Herren Bei den Herren dürfen wir nicht rein Wir dürfen nur zu den Damen So Vielen vielen Dank fürs Zusehen Fürs dabei sein Kurz räuspern Wir sehen uns dann In der nächsten Aufnahme wieder Bis dahin Passt auf euch auf Und ich muss jetzt Sofort weiterspielen Bis gleich Tschüss